Also ich glaube, wenn ich ein Kind wäre oder ein Jugendlicher, dann würde ich mich bei der Fußballschule, gibt es verschiedene Sachen, worauf man sich freuen kann. Also einerseits kann man sich sicherlich darauf freuen, bei so einem hier in der Region doch angesehenen großen Verein sich mal präsentieren zu können, mal ein bisschen Spaß zu haben, mal reinzuschnuppern, einfach mal zu zeigen, was man so drauf hat, weil das sicherlich gesehen wird. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mich einfach dafür begeistern würde, ja mal so professionelles Training mitzumachen, wenn ich vielleicht auch selbst gar nicht im Verein spiele. Einfach mal Spaß zu haben an so einem bisschen professionellerem Training und einfach Spaß zu haben, mich zu bewegen, Spaß zu haben, mit anderen Kindern zu spielen, neue Leute kennenzulernen, wie das bei unserer Fußballschule wirklich ständig der Fall ist. Also am Anfang ist immer noch die Stimmung so ein bisschen gedrückt, weil keiner kennt sich und alle beschnuppern sich und am vierten Tag liegen sich alle so quasi in den Armen und die Eltern müssen die ganzen Verabredungen schon annehmen, wie sie sich da ausgemacht haben und durchs ganze Siegerland fahren. Also das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen. Ich glaube, in dem Alter, wo wir ja dann schon eine gewisse Spanne haben, so von sieben bis dreizehn, ist es auch wichtig, dass wir da ein bisschen unterscheiden, weil die zwölf, dreizehn, vierzehnjährigen, die möchten natürlich schon richtig was mitnehmen und möchten natürlich auch richtig so dieses Professionelle auch ein bisschen annehmen. Und die sechs, sieben, acht, neunjährigen, die spielen halt manchmal auch dann gerne mal eine Viertelstunde fangen. Und das muss man denen dann, finde ich, auch geben. Denen darf man nicht zu viel Input einfach geben. Und da haben wir aber in der Planung uns Gedanken gemacht, dass wir halt immer so einen Theorie-Teil eigentlich gar nicht haben. Das wäre in so einer Fußballschule gar nicht so angebracht. Dass wir einfach Wechsel haben zwischen so statischen Übungen, nennt man das, so Passübungen oder Koordinationsübungen. Und dann immer aber einen Wechsel haben und dann im nächsten Moment dann auch wieder ein spielerisches Element drin haben, wo die Kinder einfach toben können, einfach ohne Vorgaben laufen, Spaß haben können und Tore schießen können. Und dann vielleicht die nächsten zehn Minuten mal wieder ein bisschen was sich konzentrieren müssen und ein bisschen wirklich darauf achten müssen, wie man eine Übung ausführt. Dann aber auch wieder ein bisschen Leerlauf haben und dass wir immer da so einen Wechsel drin haben, da achten wir eigentlich schon sehr drauf. Es passieren halt auch immer wieder mal ganz witzige, lustige Anekdoten. Zum Beispiel ist mal ein kleiner Sechs-, Siebenjähriger, der war wirklich einer der Allerkleinsten auch von der Körpergröße und der hat so zwei Tage lang einfach mitgemacht. Ich habe den gar nicht so bei 60 Kindern, das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, ich habe den gar nicht so richtig wahrgenommen. Er war halt so mit dabei und hat zwischendurch mal mit Fußball gespielt, hat aber auch schon mal ein bisschen Granulat gesammelt auf dem Kunstrasen. Ob der jetzt so viel mit Fußball am Hut hatte, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dann kam der am dritten Tag morgens vor der ersten Einheit um halb zehn, kam der an, wo alle eigentlich noch so ein bisschen ruhig sind und ein bisschen sind. Ey, Jule, das ist so geil hier und das macht so Spaß hier. Und ich war völlig geflasht, weil ich dachte, ja, das freut mich einfach total. Da habe ich ihm natürlich dann so eine ehrliche Antwort natürlich gegeben. Und ich war aber total überrascht, dass jemand, der sich jetzt so offen gar nicht so begeistert hat für die ganze Geschichte, dass der sich aber dann wahrscheinlich zu Hause abends völlig ausgeflippt ist, weil es ihm wirklich so toll gefallen hat. Und das ist natürlich dann echt eine schöne Bestätigung, wenn man es auch von denen dann zurückbekommt, die es vielleicht so in der Gruppe oder auch noch zu klein sind, die es dann vielleicht nicht so offen zeigen, aber es dir dann so im Nebensatz einfach mal so fallen lassen. Und also das war wirklich total schön und auch irgendwie witzig.